Sie wissen, dass C.G. Jung mit den Worten starb, how wonderful, how wonderful, how wonderful, how wonderful, wie wundersam, wie wundersam. Dann kam er nochmal zurück und sagte dann ganz ärgerlich, ach, jetzt bin ich wieder in dem kleinen Kästchen. Er spürte das Unendliche, das auf ihn zugekommen war und starb dann ganz still. Ich glaube, dass die richtige Haltung zu dem Leben hängt ab von unserer Einstellung zum Sterben.